Ja, ich habe einen neuen YouTube-Kanal gestartet. Auf diesem YouTube-Kanal möchte ich politische Zusammenhänge erklären. Ich möchte Zeitgeschichte dann quasi erklären. Also was ist gerade in der Diskussion und wie ist das politisch einzuordnen. Ich versuche das relativ regelmäßig zu machen. Das erste Video ist auch schon online. Und ich hoffe, dass ich auch von Video zu Video besser werde. Man muss aber natürlich viel daran arbeiten. Das weiß ich, der Weg ist lang und steinig. Aber ich würde doch alle bitten, welche diesen YouTube-Kanal abonniert haben. Wegen den Inhalten, wegen mir da drauf. Lasst doch auch ein Abonnement für diesen YouTube-Kanal da. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, auf diesem YouTube-Kanal, der wird jetzt hier nicht tot gehen. Der wird auch noch weiterhin von mir bespielt. Aber auf diesem hierigen Video-Kanal werde ich die Piraten-Videos eben noch weiterhin posten. Weil ich nach wie vor natürlich auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Piraten-Partei bin. Auf dem anderen YouTube-Kanal wird das alles ein bisschen abgekoppelt sein. Da wird das eben nicht unter Parteiflagge laufen, sondern eben neutraler. Ja, von daher, das war der Aufruf für die, die diesen Kanal hier abonniert haben und den anderen natürlich noch nicht kennen. Vielen Dank.